Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es jetzt doch nochmal mit Syntax weiter. Und zwar wollten viele wissen, wie geht das denn jetzt, wenn ich eine komplette Phrasenstruktur zu einem Satz aufbaue. Und ich setze jetzt voraus, dass Sie die vier Videos zu den diagnostischen Tests und dem Felder-Modell schon gesehen haben oder wissen, wie das geht. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie man einen kompletten Satz phrasenstrukturell analysiert. Ich setze das Analyse-Modell aus Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen voraus. Man könnte das aber genauso gut auch in andere theoretische Ansätze übersetzen. Wir betrachten jetzt den Satz, wir haben einen Fuchs gesehen. Was Sie als erstes hier machen sollten, und deswegen habe ich Ihnen das gezeigt, auch für die, die nicht das Felder-Modell anwenden, ist testen, wo ist das bewegte Verb, also die linke Satzklammer. Was ist im Vorfeld, das ist die andere extrahierte Konstituente und wo ist die rechte Satzklammer, also der Rest vom Verbalkomplex. Finden Sie doch jetzt einfach diese drei Dinge anhand der Tests, die ich Ihnen auch in den anderen Videos gezeigt habe und schauen Sie, was dabei rauskommt. Es sollte herausgekommen sein, dass wir hier das bewegte Verb haben, davor die extrahierte Konstituente und hier hinten den Rest vom Verbalkomplex. Wir wissen außerdem, dass hier einschließlich des Verbalkomplexes die Verbalphrase sich befindet. Das Einzige, was wir noch nicht wissen, ist, was zwischen dem Verbalkomplex und dem bewegten Verb genau passiert. Wir wissen, das ist alles innerhalb der VP, aber wir wissen noch nicht genau, wie die Struktur hiervon aussieht. Wir beginnen aber jetzt ganz einfach, indem wir sagen, okay, das hier ist ein Verb, das wurde bewegt, deswegen bekommt das hier mal einen Index. Außerdem wissen wir, dass das hier eine Phrase ist und zwar eine NP in dem Fall, nicht immer, aber in dem Fall und die wurde auch bewegt, deswegen kriegt die auch mal einen Index. Und in der Analyse in meinem Buch wissen wir auch, dass diese beiden Elemente hier direkt in die Satzstruktur eingehängt werden. Das ist in anderen Analysen anders. Das kann ich bei Bedarf auch nochmal erklären, wie das zum Beispiel in so einem CP-System aussehen würde. Okay. Das Einzige, was wir uns jetzt noch überlegen müssen, ist, wo kommen denn diese beiden Dinge hierher? Und das sehen Sie eigentlich an dem Nebensatztest. Wenn Sie sich nämlich überlegen, Sie haben ja vielleicht den Nebensatztest gemacht, um zu sehen, aha, hier ist der Verbalkomplex, dann haben Sie den Nebensatz gebildet wahrscheinlich, es ist wahr, dass wir einen Fuchs gesehen haben. Und in dem Moment wissen Sie genau, wo diese beiden Dinge hier in Anführungsstrichen herkommen, wenn man diese Bewegungsmetapher benutzen möchte, nämlich, dass wir einen Fuchs gesehen haben. Das heißt, wir können folgendes machen, ich nehme mal den Punkt weg, nur aus grafischen Gründen. Hier ist die Verbspur, dass wir einen Fuchs gesehen haben und das Wir hat seine Spur hier. Und das sehen wir daran, dass der Index mit dem jetzt übereinstimmt und dieser Index mit dem Index an dem bewegten Verb. Wir können also sagen, hier hat eine Bewegung stattgefunden und hier hat eine Bewegung stattgefunden. Diese Pfeile hier unten dienen jetzt nur der Verdeutlichung, die sind nicht wirklich Teil der Analyse. Diese beiden hier hinten, das wissen wir, diese Verben, die hier dann am Ende stehen, die bilden prinzipiell den Verbalkomplex. Wir wissen also hier, hier müssen wir erstmal die Wortart beschriften, das ist ein Verb. Die bilden zusammen eine Struktur, die sich wieder wie ein Verb verhält. Das ist der Verbalkomplex mit der Spur drin. Alles dazwischen ist Teil der VP. Wir müssen uns eigentlich nur jetzt noch Gedanken machen, was ist ein Fuchs. Okay, da löse ich jetzt einfach auf, das ist halt eine NP. Und alle Phrasen, die Sie hier ausmachen, manchmal auch noch einzelne Partikeln und die Spur, werden einfach in die VP integriert. Und dann sehen Sie das Standardproblem, oft passt das hier grafisch nicht so schön. Diese VP ist dann wiederum Teil des Satzes und dann sind Sie fertig. So einfach bekommen Sie eine fehlerfreie Analyse dieses Satzes. Wie gesagt, in anderen phrasenstrukturellen Modellen sieht der Baum dann ein bisschen anders aus. Sie kommen aber mit derselben Strategie zur Lösung. Die Strategie bleibt im Prinzip dieselbe. Schauen wir uns jetzt den Satz an, wir laufen, der ist eigentlich sehr einfach. Machen Sie wieder die Tests und überlegen Sie, wo ist das bewegte Verb, wo ist die Konstituente, die ins Vorfeld bewegt wurde und wo ist der Rest vom Verbalkomplex. Hier sehen Sie jetzt hoffentlich, dass es gut ist, immer zumindest den Ja-Nein-Fragetest zu machen. Der Ja-Nein-Fragesatz heißt, laufen wir. Und daraus sehen Sie, dass das hier das bewegte Verb bzw. die linke Satzklammer ist und dass das hier die Konstituente ist, die davor bewegt wurde. In dem Fall wieder mal eine NP. Und Sie wissen auch, dass die VP hier hinten beginnt, nach der linken Satzklammer bzw. dem bewegten Verb, das ist auch das Mittelfeld dann. Und da hier nichts steht, wissen wir automatisch, der Verbalkomplex ist leer. Das heißt, hier kommt einfach nichts mehr. Und ein Fehler ist halt, das bei diesem Satz zu vernachlässigen, weil der so einfach aussieht. Der sieht so einfach aus, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das nur ein Vorfeld und eine linke Satzklammer ist und gar kein Mittelfeld. Oder dass hier überhaupt irgendwas bewegt wurde, dabei ist hier alles bewegt worden. Wie gesagt, ich gehe nicht auf die theoretischen Hintergründe ein, das ist jetzt nur, wie Sie in der Analyse damit zurechtkommen. Und Sie müssen den Ja-Nein-Fragesatz machen, weil Sie an dem Nebensatz-Fragetest hier nicht viel sehen, weil der Nebensatz hier dann gerade genauso aussieht, wie das, was da steht. Nämlich, ich weiß, dass wir laufen. Was machen wir jetzt also, nachdem wir das rausbekommen haben? Wir können wieder sagen, okay, wir wissen, hier ist ein Satz und diese beiden Konstituenten des Satzes hängen direkt in der Satzstruktur. Wir wissen außerdem, dass das von hier aus der VP, die habe ich jetzt hier ja schon angedeutet, rausbewegt worden sein muss. Und, dass dieses Verb von ganz hier hinten aus dem Verbalkomplex kommt, von dem jetzt nichts mehr übrig ist, weil alles rausbewegt wurde. Damit wissen wir, der Kopf der VP, naja, na gut, das ist einfach nur diese Spur. Und was wir hier sonst noch in die VP reinhängen können, na gut, das ist auch nur diese Spur. Das heißt, wir haben hier eine VP, wo einfach nur zwei Spuren drin stehen und die ist Teil dieses Satzes und damit sind wir fertig. Hier sehen Sie, wie gesagt, dass wenn Sie sich nur auf den Nebensatztest verlassen, also dass wir laufen, dass Sie dann hier in die Irre geführt werden können. Und deswegen habe ich Ihnen in den anderen Videos immer gesagt, fangen Sie mit dem Ja-Nein-Fragetest an. Dann kann hier schon mal nicht mehr viel schief gehen. Das war es dann auch für dieses Video schon wieder. Fragen und Anregungen schreiben Sie mir in die Kommentare und ansonsten bis zum nächsten Mal.